warum es ist halt einfach so mann wenn er kommt zu einer neuen der bei der Leid wieder mal mit er und ich bin das ob sich und hat mich auch nicht du hast also es ist nicht aber es ist ein neig ist ganz okay kein bock auf freddie muss ich dich leider enttäuschen es ist freundlich nicht ja moin ja moin wo es gibt aber ein spooky taschenlampe lassen sie mir mal bitte meine totem hier mache und ein problem damit aber jetzt muss ich gerne wer es ist aber nicht Freddy sonst hätte man ja gesehen dass es ein traumzeichen drum hat ich fang schon mal den gen an wenn es eine taschenlampe gehört zu mir ja ich habe die schlüsse mitgenommen den gebrochenen den würde ich austauschen Prozent Prozent nö es ist ein oh es ist ein Jäger-Sanikid Wuhu also grün ist oder was nein ein Jäger-Sanikid ist ein Niedernis das ist geil das ist geil super nice ich habe das Gefühl dass das Michael ist ja irgendwie schon ist das so stehen äh nein das ist ein Twepa gewesen ja das ist ein Twepa gewesen ja da ist er ja irgendwo so ja da ist er der Twepa der Twepa der Twepa der Twepa oh oh we don't let you die voll englisch-deutsche mischung wenn er barbecue und chili hat dann sieht er uns jetzt nicht was falsch mit dem keller was ist falsch mit dem ohne mist was ist falsch mit der hat sich gereiht hat kommt das hätte man ja jetzt wohl schneiden müssen dann hört es so das geräusch wenn man in den jungen ist hast du das gesehen ja ja komm das wird aufs boden ohne wiss das muss ja dann Babykiller sein ich stehe hier so das steht da vorne Prozent Prozent halt aber das muss doch ein Baby Trapporino sein guck dir das an darf ich dir sabotieren macht doch ist mir egal oder kommt da Baby Trapporino da ist er ja soll auch ihr hingehen vorsichtig kommt bei dir gleich lang oder doch nicht ja tschüss und damitier ich dir mal was wie ein Messer da wo ich hingucke was 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 ist mit dem das ist ein Profi ja also ja das ist garantiert ein Profi ich hab Angst dass er uns scammt ich hab Angst dass er uns scammt so sabotieren was hat er geflüstert? scheinlich keine Ahnung möglich aber der sieht mich kannst die Falle weiter sabotieren ja jetzt ja man hat das das ich er lässt einfach los von hier nein er hat mich verloren Idiot ich habe die Falle lieber mal nicht sonst weiß er wo ich bin ich habe die andere Falle da gerade auch entschärft und der kommt wieder geschnippt aber sabotiert bekommt er richtig ja aber so kriegt er auch ein Signal nee er kriegt das wird nicht aufgeploppt das hört er einfach nur das muss ja ein Baby Trapperino sein er muss ja wirklich nichts können so ein kompletter Neuanfang oder da lässt jemand sein Kumpel spielen was 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 alter was ist das denn für ein Killer ich lauf dem unter her ist das nicht irgendwie in einer Hinsicht ist das nicht in einer Hinsicht irgendwie ein bisschen Mobbing auch ich bin 500 Meter weit weggerannt der schlägt zu he 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 was du he 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 alter ich würde campen und sowas man he 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 hat der jetzt auf den Jain geschlagen? ja er schlägt auf den Tor der weh den der schützt den siehst du das? Killer geblendet das war die Falle nicht gelassen nein Hilfe da liegt meine da liegt meine links da liegt meine Taschenlampe gegen Muskeln hat der hat der hä was ich habe eine Taschenlampe aus dieser Fall gelassen wo liegt der an der Taschenlampe? da wo ich bin wo ich aufhebe hinter mir irgendwie nahe das ist ja nicht so wild du hängst mich dann einfach ab ja ja würde ich gerade sagen ich lasse mal deine Taschenlampe liegen ne ne hebst einfach auf falls du es echt brauche naja kämpf mich nicht naja eine halbe Hälfte der hilft ja heihe dich erstmal selber hoch genau in unserem Anjurand komm einfach her warte 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 jetzt hast du eine Lampe ruhig später ich schwör dir das ist so der Müller der Müller Block dem mal heehe heehe Hä? Hä? Als ob? Scheiße, Alter. Alles klar. Ich konnte beim Medikit nicht aufheben. Ich konnte beim Medikit nicht aufheben. Hä? Alter, komm. Hä? Das ist ein Profi. Wie gesagt. Ich hatte... Naja... War ein bisschen... Ein bisschen krasses Lack. Robin, wo bist du? Ich werd grad geheilt. Beim roten Mähdrescher. Ich sequente noch diesen... Beuder. Ich spür dir. Ich bin schon wieder in meine Taschenlampe guter. Ich hab sie wieder hingelegt. Ja, ja, ich weiß. Aber ich will ja jetzt nicht hinreißen. Ja, ich schlaufe jetzt einfach hin unter meiner Taschenlampe. Ja, ja, ich... Er ist immer noch hinter mir, ja. Ich muss einfach... Kurzwang nicht sprinten. Dich irgendwo interm Stock verstellen. Und im Baum verstecken. Ui! Lol. Alter. Verarscht hoch 10, Alter. Ich wette, den kann man sogar 316. Wirst du das? Robin, heil mich mal. Das war ne Flashlight. Ja, die liegt da noch. Links. Robin. Warte. Warte. Hier. Lass den Renn hier mal ziehen. Alter, das ist übelst komisch. Ein Babykiller. Alter, ein Babykiller. Das ist übelst komisch. Das ist übelst komisch. Ich glaub, da lässt grad jemand sein Kumpel spielen. Das wär natürlich auch möglich. Der kommt jetzt eh safe hierher. Ist doch egal. Lass weitermachen. Der ist so leicht zu verarschen. Das kann man auch weitermachen. Hä? Hä? Der ist so leicht zu verarschen. Was machst du denn? So, das ist Quentin, der da außen rum lohnt. Wollt grad grad sagen, warum rennt zu außen rum? Wollt grad grad sagen, warum rennt zu außen rum? Und das ist jetzt angerannt, oder nicht? Und wenn ich hatte echt. Hä? Aber warum kommt der nicht? Ja, ich weiß nicht. Zweimal. Zwei, dreimal. Zwei, dreimal. Dann fackt das bestimmt ordentlich ab. Hier hinten ist gleich noch ein Gem. Lass den hochziehen. Ich hab mich mal angesprendet. Oh, hier sind sie... Warte mal. Da war irgendwo... Ja, da ist noch ein Tote. Und pass auf, und dann hat er nöt, Alter. Wahrscheinlich nöt zwei oder so, Alter. Ja, ich dachte, man kann da mit one hitten. Nein, kannst du nicht. Erst ab nöt drei. Manu. Richtig dumm. Alter. Echt nie Kugel, Alter. Lass uns bei den Ausgänger kleben. Gar nicht irgendwie komisch, ne? Der platziert vor dem einen, wo du schon mal gehangen hast, platziert an der Falle. Der platziert heutzutage noch fallen. Direkt vorm Ausgang. Weil jemand, die kann man einfach super einfach schnipsen. Oh, ne, ich nehm die, äh, Dings mit. Die, äh... Jäger... Das Jägersanikett. Leute, hier war irgendwo noch ne Falle. Warte mal. Mach mal ganz kurz. Ne, hier ist keiner. Save ich mal kurz, da wo die Falle gelegt wurde. Ja, warte. Oh, er hat nöt, er hat nöt, er hat nöt. Nöt 3? Weiß ich nicht. Ich, äh, seh bloß ein brennendes Totem. Mach mal auf. Einfach mal kaputt. Ja, ja, bin schon dabei. Also, ich geh mal davon aus, dass es nöt ist. Ist es wahrscheinlich auch. Kann ja nichts anderes sein. Zack. Also, wenn das ihn jetzt nicht aufregt. Ich hab grad so das Ausgangsdorf gemacht und konnte denn entkommen. Ich fliege weg. Ich fliege weg. Ja. Alter. Ich fand an zu fliegen. Alter. Auf. Ne, tut mein Hals weh. Was machst du da? Knips. Alter. Alter, wenn ich so rede, tut mein Hals voll weh. Alter. Du kannst einfach raus auf den zu mornen, der Welt quitte noch, du bekommst keine Punkte. Nö. Keine Ahnung, warum war der? Rauß ja. Was waren das eigentlich für ein Totem jetzt? Warte. Warte. Das war. Wahrscheinlich nur. Nöt 1. Ernsthaft? Nöt 1. Ernsthaft, alter. Nöt 1. Hä, was? Alter, nee. Guckt euch diese Fallen an. So krank. Einfach gesetzt. Einfach ohne Verstand. Wie geht das? Aber das ist halt wieder so typisch Baby-Trapparino. Ich konnte gar nicht meinen Entscheidungsschlag einsetzen. Das ist so traurig. Ja. Ich konnte ihn nicht mal richtig mornen. War übelst, Alter. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Der hatte wirklich nur... Was zum... Oh, nee. Hey Gott, nein. Nein. Gott. Der hatte echt nur nöt 1, aber das ist schon so n... Naja, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach. Leist einen Kommentar da mit Baby-Trapparino-Hashtag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschü. Vielen Dank.